Immer hat alt, ist vorbei, ist geopfert der Gewinnsucht der Kohleindustrie. Kirsche steht auch für Religion, steht für Werte, die in einer Gesellschaft gelten und die werden abgerissen, weil wichtiger ist das Geldverdienen. Vielleicht ist das auch ein Synonym unserer Zeit. Also ich hoffe, dass Imarat vielleicht eines der letzten Dörfer ist, was zerstört wird. Dass die anderen Dörfer, die das gleiche Schicksal erfahren sollen, vielleicht verschont bleiben von dieser Katastrophe, die hier passiert. Das ist Keilenberg, Kuckum, Ober- und Unterwestrich und Berwerath. Es werden nochmal drei Gotteshäuser entwidmet werden und auch abgerissen werden. Es sei denn, es kommt das große Wunder und die Wende kommt noch viel früher. Es geht ja um Energie, die man heute nicht mehr braucht. Und es geht um Gewinn. Ich habe bisher noch keine Partei erlebt, die sich wirklich voll und ganz hinter die Menschen gestellt hat.